Countdown in Munster. Letzte Vorbereitung für eine gemeinsame Informations- und Lehrübung 2013. Truppenübungsplatz Munster, die erste Station der Informations-Lehrübung Landoperation 2013. An der Zuschauertribüne laufen die letzten Vorbereitungen. Unter dem Motto Einzeln stark, gemeinsam stärker, stellen Soldaten des deutschen Heeres und der Streitkräftebasis erstmals ihre Fähigkeiten bei der ÜLÜ gemeinsam unter Beweis, der Stationsleitende erklärt. Diese Station hier an der Tribüne ist die erste Station einer ganzen Reihe von Stationen innerhalb der Lehrübung. Es geht hier darum, den Zuschauer bzw. die Teilnehmer der Lehrübung einmal mitzunehmen, die Gesamtlage und den Ausgangspunkt zu schildern, alle Fahrzeuge, die im späteren Teil der Lehrübung nochmal im Einzelnen in taktischen dargestellt werden, vorzustellen, um so zunächst erstmal den Köcher aufzubreiten und zu zeigen, was hat die Bundeswehr alles, um dann später in den anderen Stationen zu sehen, was können denn diese Fahrzeuge im Einzelnen genau taktisch. Ortswechsel zur zweiten Station, die statische Fähigkeitsschau im Lager übender Truppe Trauen. Im Gegensatz zur ersten Station bewegt sich hier nicht allzu viel. Erklären, anfassen und fragen lautet die Devise. Der Kommandeur des Logistikbataillons 171 Sachsen-Anhalt verdeutlicht Sinn und Zweck dieser Station und den neuen Ansatz der ILÜ. Das Ziel dieser Station ist es, dass entsprechend die Besucher, die die bewegten Bilder am Vortag und am Folgetag sehen, diese Fähigkeiten, die sie nur hören, sehen, von Weitem, hier anfassen können und direkte gezielte Fragen stellen können. Bislang war das immer eine getrennte Veranstaltung. Dieses Jahr ist Premiere. Wir werden diesmal das zusammen, oder machen es ja schon bereits, zusammen. Das ist auch folgerichtig, denn bei Landoperationen ist es nicht mehr vorstellbar, dass einer alleine irgendwo tätig wird. Wir sind immer verzahnt unterwegs in den Einsätzen, sodass es entsprechend hier folgerichtig auch zusammengeschlossen gezeigt wird. Von Trauen geht es nun zur nächsten Station nach Kohlenbissen. An der dritten Station haben die Soldaten des Spezialpionierbataillons 164 aus Husum ganze Arbeit geleistet. Vor vier Wochen war hier noch eine grüne Wiese, nun ist innerhalb kürzester Zeit eine Art Feldlage entstanden. An dieser Station soll den Zuschauern ein Bezug zu den aktuellen Einsätzen der Bundeswehr ermöglicht werden, wie der Kompaniechef näher erläutert. Also hier an der Station wollen wir den Besuchern der Übung demonstrieren, wie eine FOB, also eine Forward Operating Base, eine vorgeschobene Einsatzbasis, eingerichtet, erbaut und betrieben wird. Die FOB ist dafür da, Truppe hier abgesetzt von festen Liegenschaften unterzubringen. Das heißt, sie muss damit entsprechende Funktionsbereiche wie Unterkünfte, Sanitäreinrichtungen, Sanitätseinrichtungen, Kochmöglichkeiten, Möglichkeiten der Verpflegungseinnahme und die Fernmeldeeinrichtungen, die wir auch hinter uns gesehen haben, um die Verbindung zu den übergeordneten Gefechtsständen und in das Heimatland sicherstellen zu können. Sprung zur letzten Station auf die Schießbahn nach Bergen. Zu jeder Informations- und Lehrübung gehört natürlich auch ein Gefechtschießen. Der Kommandeur des Panzergrenadier-Lehrbataillons 92 steht interessierten Pressevertretern Rede und Antwort und weist uns in die Lage ein. Das ist wahrscheinlich nicht nur eine besondere, sondern vielleicht sogar die bedeutendste Station. Sie ist am Ende der Informations- und Lehrübung platziert und stellt den Höhepunkt der gesamten Lehrung dar. Sie sehen heute hier das Zusammenwirken von Panzergrenadieren, von der Panzertruppe, von Jägern, von Artillerie, alle gemeinsam, die einen Auftrag haben, der da heißt Angriff in die Flanke des Feindes. Wir haben drei Wochen Zeit zur Vorbereitung. Wir beginnen damit, dass wir zunächst mal Einzelbilder üben, jede Truppengattung im Grunde für sich in den verschiedenen Funktionen und Bereichen. Dann fügen wir peu a peu das Ganze zusammen zu einem Gesamtbild. Schulter an Schulter, Stemmherr und Streitkräftebasis dieses Jahr gemeinsam die Informations- und Lehrübung 2013 in Munster. In insgesamt sechs Durchgängen werden sich davon etwa 3000 Soldaten aus dem In- und Ausland und der Führungsnachwuchs der Bundeswehr überzeugen können. Ein neuer Übungsansatz bei der UNI, aber auch ein logischer Schritt, getreu dem Motto Einzelnen stark, gemeinsam stärker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017